In der Firma Konterholz bin ich nicht mehr allein tätig. Meine Mutter zum Beispiel arbeitet viel am Computer, bearbeitet die E-Mails. Vielleicht hat ja jemand von euch auch schon mal mit meiner Mutter geschrieben und die ist da sehr, sehr fleißig und steckt auch sehr, sehr viel Zeit rein. Jetzt habe ich extra was für sie bestellt, damit sie halt eben im Büro mehr Organisation hat, mehr Ordnung hat und halt eben auch mehr Spaß dann an ihrem Arbeitsplatz hat. Papierkram fällt natürlich immer jede Menge an, deswegen habe ich meine Mutter gefragt, hier such da was aus. Ich bestelle dir das auf Amazon, damit du mehr Organisation an deinem Arbeitsplatz halt eben halten kannst. Ich habe das Ganze danach bestellt, das Ganze ist angekommen, wir haben es aufgebaut und Edgy Badge, es war nicht gut, weil es ganz schön wackelig war, es hat nicht schön ausgesehen. Und deswegen habe ich es jetzt als meine Aufgabe gesehen, da etwas richtig Gutes als Lösung zu finden und darum soll es im heutigen Projekt gehen. Wenn du also auf der Suche nach etwas Inspiration für dein nächstes Projekt vielleicht bist und dich so ein bisschen berieseln lassen willst von einigen grünen alten Maschinen wie der zum Beispiel hier, dann bleibt gerne am Video dran. Am Schluss werde ich auch natürlich zeigen, wofür das Ganze ist, was wir halt eben heute bauen werden. Und damit wir jetzt loslegen können, geht es natürlich erstmal mit Massivholz los, was wir jetzt herrichten müssen. Und dann will ich dir, wie es geht? Musik 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 Hier mal so eine klitzekleine Sache, wenn ihr auch beim nächsten Mal was bei euch in der Werkstatt hobelt. Und zwar ist das ja so mit den Maßen. Ich habe lange, lange Zeit Teile auf die fertige Dicke gehobelt. Das bedeutet, das Brett hier soll 20 mm haben und diese Teile hier für die einzelnen Auszüge sollen 18 mm fertig dick sein. Jetzt solltet ihr da immer mal dran denken, je nachdem wie wichtig es ist, dass die Teile später die richtige Dicke haben, dass ihr das Schleifen nicht vernachlässigt. Schleift mal ruhig mal so normal bei euren Projekten mit und messt dann einfach mal genau, wie viel ihr jetzt wirklich wegschleift. Das hat jetzt hier in dem Fall den Grund, dass ich hier diese Eichenbowle, weil die sehr sehr viele Ausrisse hat, mit dem Langbandschleifer mit 60er Korn schleifen werde. Schätzungsweise werde ich da ungefähr einen Millimeter runterschleifen, wenn das im Endschliff dann fertig fertig ist, dann werde ich da ungefähr so im Endeffekt einen Millimeter runterschleifen. Bei der Esche ist es jetzt in dem Fall nicht so wild, aber ich werde jetzt gleich behandelt, damit ich halt eben überall so den gleichen Prozessor halt eben drin habe. Deswegen werde ich die auch einmal mit 60er Korn schleifen und da werde ich dann auch schätzungsweise einen Millimeter runterschleifen. Das soll mal wie gesagt hier nur so eine kleine Info sein, wenn ihr beim nächsten Mal etwas zu Hause baut, je nachdem welche Maschinen ihr zur Verfügung habt, wenn ihr einen guten groben Bandschleifer habt, wenn ihr sehr lange mit dem Exzenderschleifer schleift, messt ruhig mal nach, wie viel Material ihr da wegnimmt. Also ich war teilweise echt erstaunt, wie viel Material man zum Beispiel weggeschliffen hat. Hier haben wir nämlich viele Ausrisse drin und die werden wir jetzt am Langbandschleifer bearbeiten. bearbeiten. Jetzt hat sich gerade etwas verändert, denn ihr seht, dass hier jetzt ein paar mehr Eichenschleifen liegen. Liegt einfach nur daran, dass ich ein bisschen zu wenig Eichenmaterial vorbereitet habe. Deswegen habe ich einfach einen Teil einer Bohle nochmal komplett neu hergerichtet. Das ist übrigens auch das Holz vom Kollegen von mir, der hat einen Holzhandel rund ums Holz. Wenn deren Webseite schon final online ist, werde ich die mal in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt gehen wir zum Schleifen, dafür gehen wir aber in die andere Ecke der Werkstatt. Jetzt sind die Streifen ja alle noch relativ lang und ich will mir so ein bisschen Zeit ersparen, weil ich halt eben einfach die Maschinen hier in der Werkstatt stehen habe, dass ich die ganzen Kanten jetzt einmal fast fertig schleife. Ich habe hier einen Schleifegel auf der Tischfräse, ich habe einen Vorschubapparat. Falls das Video von der Maschine noch nicht online ist, dann wird das bald hier auf dem Kanal auch erscheinen. Deswegen abonniere den Kanal, wenn dich sowas interessiert. Das bedeutet, jetzt werden wir alle Kanten einmal schleifen, damit die einmal fast fertig geschliffen sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mit den Teilen geht es jetzt zu dem wunderschönen Groovy Frästicht. Denn wir müssen das Ganze ein bisschen felsen. Warum Falz und nicht Nut, werde ich euch jetzt zeigen. Also, das hier ist der tolle Groovy Frästicht. Ich habe es ja im vergangenen Video so mal angesprochen, der ist jetzt im Moment sehr, sehr staubig. Die Absaugung hier dran ist echt gut durchdacht. Der ist im Moment so staubig, weil ich eine Vorrichtung am Kantenschleifer gebaut habe und da bläst es den ganzen Staub in die Richtung. Das wird sich aber auch bald ändern, aber für euch nur als Info, der ist nur so staubig, weil eine andere Maschine gut abgesaugt wird. Der Frästicht hier wird ziemlich gut abgesaugt. Wir werden das Ganze falzen, weil wir halt eben weniger Höhe hier dann halt eben brauchen. Würden wir hier eine Nut reinpacken und dann die 9mm Multiplexplatte einlegen, dann müssten wir hier unten 6-7mm zum Boden weglassen. Das heißt, wir hätten ungefähr 15mm von unten nach oben verloren und ich will halt eben nicht, dass dieses Projekt zu hoch wird. Deswegen eine Falz, weil das weniger Höhe braucht. Also, ich habe hier ein Werkzeug, mit dem wir ganz genau die Höhe einstellen können. Ich habe das früher falsch benutzt. Ich dachte, das wäre ein Höhenanreißer. Dem ist aber nicht der Fall. Das ist ein Messwerkzeug, um die Höhe halt eben anzugeben. So, wir möllen, dass das Ganze 5mm hoch wird. So, deswegen kann man es jetzt hier einstellen. Der Tisch ist aus Aluminium, deswegen funktioniert es hier nicht ganz so gut. Wenn der aus Metall wäre, dann würde der hier feststehen bleiben. Dann würde sich das hier hoch bewegen. Aus dem Grund stelle ich den jetzt einmal auf 5mm ein. Und werde einfach den Fräser nach oben bewegen, bis wir halt eben hier das berühren. Ich habe hier eine Feineinstellung, deswegen werde ich jetzt die Höhe grob einstellen und das Ganze fein nach oben bewegen. Jetzt sehen wir auf unseren 5mm und so einfach ist es halt eben. Jetzt noch unsere Anschläge nach vorne bringen. Wichtig, ein entsprechendes Absaugteil hinten reinpacken, damit wir die auch nutzen können. Jetzt können wir einfach eine Testfresung machen und dann werde ich den Anschlag entsprechend beistellen, dass wir auch 5mm bzw. 10mm tief einfräsen. Ich möchte hier noch eine kleine Mulde fräsen, damit wir das Ganze später leichter greifen können. Und deswegen kann ich jetzt hier meine Anschläge, die sind direkt an der Maschine verbaut, die kann ich jetzt einstellen. Da fahre ich das Ganze einmal entsprechend an die Punkte. So, der rechte Anschlag passt jetzt soweit. Jetzt natürlich noch der linke Anschlag. Dadurch, dass man den Rubifräs sich hier so einstellen kann, wie man es halt eben will, habe ich jetzt auch gleich die Anschlagbacken etwas nach oben gebracht, damit Späne, die jetzt gleich entstehen werden, eher hier unten drunter durchfliegen können, als dass sie sich hier halt eben festsetzen. So haben wir eine bessere Fräsung und so kommen wir auch dann gleich direkt mit unserem Holz direkt an den Anschlag richtig dran und dann funktioniert es einfach ein bisschen einfacher. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So Leute, alles ist fertig verleimt und jetzt kommen wir natürlich zu den ganzen Schleifarbeiten, damit das Ganze hier schön wird. Das machen wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf, denn als erstes müssen wir natürlich am Kantenschleifer mal die Kanten schleifen. Nachdem wir das getan haben, können wir mit dem Exzenterschleifer hier oben diese Teile hier schleifen, damit das auch einmal alles bündig ist. Nachdem wir das dann getan haben, können wir zum Kantenschleifer wieder gehen. Da habe ich ja diese schöne Phasenvorrichtung und da können wir alle Phasen phasen oder alle Kanten phasen. Wir haben natürlich noch eine Innenseite, die müssen wir auch noch ein bisschen bearbeiten. Dazu gehen wir zu dem Ruvi Frästich und werden da mit dem Phasenfräser innen auch eine Faser anfräsen. Ein bisschen Handschleifpapier darf natürlich auch nicht fehlen. Da gehen wir einmal fix überall einmal drüber und dann sind die Teile auch schon fertig geschliffen. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Jetzt kommen wir zu einem kniffligeren Teil, denn wir müssen etwas fräsen. Wir brauchen eine Nut in diesen ganzen Schubladen. Die Nut soll aber nicht durchgängig sein, weil man dann sehr wahrscheinlich vorne die Flachbügel sehen wird. Und so ist es generell auch ein bisschen schicker. Wir müssen natürlich das Werkstück immer mit der gleichen Seite gegen den Anschlag legen, damit die Schublade später nicht schief wird. Und das bedeutet, die erste Seite können wir gut fräsen. Witzigerweise ist übrigens die Kante des Tisches auch mein Anschlag. Das heißt, ich fräse hier bündig bis zu dieser Stelle und dann haben wir auf beiden Seiten eine gleichmäßige Fräsung. Die andere Seite können wir natürlich nicht einfach so durchschieben. Wir müssen sie natürlich aber auch gleich, ich sage jetzt, wir müssen sie natürlich, obwohl ich es auch gerade einmal falsch gemacht habe, ich habe sie gerade einmal falsch rum eingeführt. Ich habe gedacht, wenn ich das stabil halte, dann werde ich es hinbekommen. Funktioniert aber nicht. Das bedeutet, wir werden auf der rechten Seite starten und werden dann eintauchen und dann nach links fahren. Bis wir auch wieder hier an unserem Anschlag sind, also an der Kante des Tisches. Das machen wir jetzt in mehreren Gängen, damit wir das Echenholz nicht zu ausfranselig am Schluss haben, weil das reißt ja sehr gerne aus. Und wie durch sein Wunder sind hinter der Kamera diese Leisten entstanden, die wir jetzt hier festschrauben können. Wer hat es gesagt, Leute, jetzt geht es mit dem Finish weiter und zwar benutze ich hier das Kante-Holz-Holz-Finish. Damit können wir jetzt einmal das komplette Projekt behandeln und dann sieht es schick aus und ist gut geschützt für die nächsten Jahre. So Leute, das Projekt ist fertig. So etwas habe ich auf Amazon bestellt gehabt, aber das war von der Qualität her einfach super, super billig und haben wir auch wieder zurückgeschickt. Und das ist jetzt so meine Lösung zu diesem Problem gewesen. Eine Aktenablage für meine Mutter im Büro, damit sie halt eben jetzt nochmal ein bisschen mehr Organisation halten kann. Und so ein Ding wollte sie haben. So einen Teil bekommt sie jetzt natürlich auch. Und der Vorteil an dem Kante-Holz, finde ich, ist jetzt auch, dass die Schubladen jetzt ganz, ganz einfach gehen. Also wir haben einen Millimeter Spiel und das Ganze läuft wirklich perfekt. Und wir haben einen schönen Anschlag vorne. Wir haben eine schöne Bündigkeit vorne. Ein tolles Projekt. Das soll es heute gewesen sein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.